so das hier auch wieder ganz komisch so jetzt kommen wir hier bei dieser komischen ecke raus wo die kuh genau wo die kuh die bombe frisst das können wir jetzt zum glück umgehen weil wir jetzt die abkürzung haben ergreift ihn fein kommt zurück ach ja ja paper mario neigt sich langsam dem ende leute also wir sind hier wirklich richtung finale unterwegs ich habe es auch schon in den ja im let's play projekt öfter gesagt dass wir wahrscheinlich die 100 prozent nicht so unbedingt erreichen werden das muss man schauen aber ich glaube ja nicht dran so warte mal wie mache ich das jetzt am dümmsten liegt einfach daran dass die zeit mir aktuell fehlt ich werde versuchen so viel möglich einfach wieder mitzunehmen aber ich schätze wir werden die 100 prozent halt nicht erreichen so genau aber keine sorge minisch cap randomizer ist auch schon vorbereitet also bin gespannt auf den minisch cap randomizer das wird glaube ich aber richtig heftig werden weil ist halt auch einfach der randomizer womit ich mich am wenigsten auskenne eins der spiele aua womit ich mich am wenigsten auskenne und alle leute die da richtig schön ahnung von haben schreibt auf jeden fall ordentlich viele tipps denn ich bin da glaube ich sonst verloren ich glaube ich bin da wirklich verloren sonst ich habe glaube ich den minisch cap randomizer also minisch cap an sich bis jetzt sogar nur zweimal durchgespielt und noch nie auf 100 prozent müssten müssten wir eigentlich wirklich mal machen nein das kann doch alles nicht wahr sein was habe ich denn für pech heute ja es gibt stellen wo man sich 100 prozent verbauen kann das stimmt das kostet mich heute echt nerven dieser dungeon ich glaube ich muss gleich noch mal hohes sturm machen hallo so hier lasse ich die feen jetzt mal nicht frei heilung darf nicht vom fall counter ich glaube auch oh man aua aber dieses spiel das ist auch ganz ehrlich diese dieser heck ist einfach nur oder die die wollen ja dass ich gegen flammen gegen steine und in abgründe laufe in diesem heck das ist denen ja ihr innigster wunsch das ist so schlimm ah ich werde oben warraures sturm nochmal machen oder einfach aus dem grund weil ich keinen bock habe immer die kiste zu holen das kostet halt auch herzen oder kann ich irgendwie anders komme ich andersweite hier noch darüber ich muss ja auch nur an die kommen an den ort so warte mal oh mana mana ist gut äh aber Minish Caprendle ist echt spaßig weil nichts da ist wo man es brauchen braucht dann hey eva dankeschön aber den jump schaffe ich auch danke eva und herzlich willkommen tony bei den riddern von hyrule so so gucken wir mal was wird das jetzt endlich mal hier ich krieg hier ein zu viel kann doch nicht wahr sein alles boah link wer hast denn das gemacht das war ein frame zu viel den er übersprungen hat sooo so 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 Leute hier mach ich jetzt auf jeden fall den verrohre sturm nochmal ich darf ja auch die schultertaste wieder nehmen das hab ich noch gar nicht gecheckt ja guck mal dieser blöde schalter da der ist nämlich jetzt auch wieder nicht gedrückt immer wenn wir den raum verlassen sind die schalter nicht mehr da klappt das? das klappt nicht okay ich muss echt oben rum äh ah ja oh kennst du die serie one piece teufelskraft hättest du von one piece nur so eine frage finden die serie und was welch also welche teufelskraft hättest du gerne also ich kenn die serie ich ich kenn mich aber nicht so gut aus ich find die zwei echt gut würd die auch gerne mal richtig gucken ähm fehlt aber auch einfach wieder zeit ich hab die auf netflix geguckt die richtige serie ich hoffe da kommt auf jeden fall auch nochmal ein bisschen was die fand ich nämlich ziemlich gut muss ich sagen ah kein mana schade so so wir gehen jetzt erst nochmal hier rein streng dich an zelda jung ich mag den feuertempel nicht ich mag ihn auch nicht ich hasse ihn gerade absolut aber wenigstens haben wir den wassertempel schon fertig streng dich an streng dich doch mal an ich hasse diesen tempel streng dich an so da unten geht es ja auch weiter das heißt da unten können wir da unten könnten wir auch weiter kommen so also konzentration ich hol mir erstmal den hammer ne aua so dann hau ich hier auf den schalter drauf welche tür geht jetzt auf die da außen okay alles klar jetzt jump mal hier runter und gucken erstmal ob wir hier irgendwie zu der tür kommen aua ja ich hab Tee heute hab ich Tee abends gibt's kein Kaffee mehr boah kann ich mir fast ein Gürtel machen ne sieben auf einen Streich meine Güte alter diese Steine die kotzen mich so an so jetzt darf ich hier durch meine Güte was was wollt ihr denn alter auf so engen Raum was ist denn hier los du 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 Kommt her, Jungs. Also dieser Hack überrascht mich wirklich immer wieder, was hier manchmal passiert. So, Schatzkiste. Schlüssel? Feuerwand? Kein Problem für Link. Das wäre mal eine Strafe für dich. Kaffee trinken. Also TJ. TJs Strafe ist Kaffee trinken. So, Einstein. Feuerwarnschlüssel. Kommen wir hier irgendwo durch? Ne, ne? Wir müssen jetzt durch die andere Tür, ja. Alles klar. Das kriegen wir doch hin. So, dieses Loch darf ich nicht fallen. Zumindest nicht die nächste, die nächste Viertelstunde oder halbe Stunde, wie auch immer. Je nachdem, wie lange wir hier noch brauchen. Oh mein Gott. Das ist so anstrengend. Wenn ich, wenn ich die doppelten Herzen nicht gehabt hätte, ne? Dann wäre ich heute echt, glaube ich, noch ein paar Mal gestorben. So. Oh, ich hab grad... Shit. Ich hab grad ne Scooty gehört. Habt ihr die auch gehört? Irgendwo war ne Scooty gerade. Ich muss gleich nochmal rausgehen dann. Hab grad eine gehört. So, zack. Zack. Ah, die Tür ist gar nicht offen? Ähm. Hä? Wie kriegen wir denn die Tür auf hier? Oh man. Haben wir hier irgendwas? Haben wir hier irgendwas? Ähm. So, warte mal. Haben wir hier irgendwo nen Schalter? Ja, drüben vielleicht irgendwo? An der Decke? Leute, habt ihr Ideen, wie ich die Tür aufkrieg? Ich muss ja durch irgendein... Ja, ich muss ja durch die Tür irgendwie durch. Meine Güte. Benutz doch den Savepoint, den du gemacht hast. Aber warum? Ich muss ja hier drinnen weiterkommen. Vielleicht brauchst du das Auge der Wahrheit. Ich hoffe nicht. Ich möchte ungern nochmal raus. Hast du damals als Kind beim ersten Mal spielen den Spieleberater verwendet, um alles Kulturas zu finden? Ähm. Ne. Also damals als Kind... Hab ich das tatsächlich auch nicht auf 100% gespielt. Ähm. Irgendwann hab ich dann mal den Spieleberater dazugezogen. Ja. Aber auch online halt. Ich weiß gar nicht. Gibt es da so ein richtiges Buch zu? So ein Lösungsbuch? Zu Ogarin of Time? Shit, ey. Okay, I don't know. Ähm. Aber ich kann ja jetzt hier so hinspringen, ne? Aber jetzt wäre ich ja gefangen. Navi? Strong Island Brass are blocking the door. You can't open this with your hands. Warum nicht? Jetzt bin ich gefangen. Aktuell. Hab es. Hab es? Ah, du hast das Lösungsbuch. Ah, okay, cool. Nee, also ich hab das, äh... Original Lösungsbuch hatte ich leider nie. Ja, keine Ahnung. Wie soll es... Hä? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Wie soll ich durch diese Tür? Irgendwie muss das ja gehen. Okay, warte mal. Geh erstmal hier raus. Als allererstes, ich hab ja erstmal hier irgendwo eine Schooltee gehört. Das heißt, die würde ich mir gerne erstmal holen. Ah, cool. Ich hätte, glaub ich... Ich guck mal online. Ich werd mir das auch mal kaufen, wenn das geht. Du kannst unsichtbare Kisten mit dem Fuß aufmachen, ohne dass du das Auge der Wahrheit brauchst. Das stimmt. Aber, ähm... Ich brauch ja keine Kiste. Ich brauch ja einen Schalter. Theoretisch. Ich brauch ja irgendwas, um die Tür zu öffnen. Die Frage ist, äh... Mann. Die Frage ist, wo krieg ich das her? Warte mal, hier muss irgendwo eine Schooltee sein. Da oben. Ich hab nämlich eine gehört gehabt. Ah. Ich hasse das Feuer. Es brennt. So. Schooltee, let's go. Ah, okay. Oh, das ist so anstrengend, dieses Feuer. Okay. So. Gell, wir kommen hier rein. Ach so, die andere Tür ist offen. Ah, ich muss in die andere Tür rein. Ah. Die Tür. Ach so. Ich bin doof. Sorry. Aber trotzdem wird's schwer. Ich muss in die andere Tür rein. Ja, ich muss in die andere... Hä? Was hab ich gemacht? Ich muss einfach drüber und muss da runter springen. Das Feuer ist kalt. Nein. So. Ich bin so doof. Jetzt. Jetzt geht's weiter. Okay. Wir haben's, Leute. Hat ja nun ein bisschen gedauert. Sorry. Apropos brennen. Hier ist diese Woche einfach ein LKW von der Tür explodiert. Was? Weißt du warum? Ursache oder so? Und wie explodiert? Einfach so richtig? So absolut alles weggeflogen oder einfach gebrannt oder heilige Scheiße? Was ist immer alles passiert auf dieser blöden Welt, ne? So, warte mal. Hier muss doch irgendwo was sein. Da oben ist ein Auge. Zack. So, was passiert? Das Feuer ist aus. Ach, komm. Ich werd nicht mehr. Nein. Ah. Hat keiner gesehen. Ja, das ist ein Herz. Das ist ein Bomben. Okay. Ähm. Jo. Was hätten wir? Schön. Ach so. Ähm. Plus fünf Minuten. Kostet 80 Euro für gebraucht. Ja. Dachte ich mir schon, dass das teurer wird. Sind alle Feuer aus oder? Ne, das nicht. Okay. Äh. Wie mach ich das? Fünf Minuten. Zehn Minuten. Ah ja. Ich glaub ich brauch Krabbelminen, oder? Kann das sein? Ich brauch bestimmt Krabbelminen. Ich habe die Hoffnung, dass die Wand da hinten sprengbar ist. Und dann Enterhagenpunkt ist. Gut. So, jetzt müsste ja eigentlich wieder ein Kampf kommen, ne? Ein Kampf gegen unseren Freund. So. Schauen wir mal. Ja, ja. Wieder mit 1000. Alter, war's zwei? Alter, war's? Es sind einfach zwei? Hä? Wie krank? Wahnsinn. Das hatte ich auch noch nie. Das hatte ich auch noch nie. Okay, kein Problem. Okay, kein Problem. Joa, jetzt macht's jetzt aber nicht so viel schwerer, find ich. Das geht schon. Das geht schon. Aua. So. Ich hab mal gerade meinen Spielberater im Discord gepostet. Cool. Den schau ich mir dann mal an. So. Wir haben die Tür geöffnet, ne? Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier so... Okay, da ist kein... Nix drunter. Alles klar. Dann warten wir nochmal auf den Aufzug kurz. Äh. Ah, jetzt mal einen schönen Schluck Tee trinken. Bei diesem harten Feuertempel-Hack wünscht man sich den Wassertempel zurück. Ja. Also ich finde den Feuertempel bis jetzt auch ziemlich eklig. Da war der Wassertempel ein bisschen angenehmer. Aber wer weiß, was noch kommt. Uns steht ja immer noch ein Wüstentempel und ein Schattentempel bevor, ne? Das wird jetzt auch nicht gerade sehr lecker werden, denke ich. So mit Auge der Wahrheit und so kann ich mir echt eklig vorstellen. Oh Quatsch. Ich denke, da kann... Da wird uns noch einiges erwarten. Ah. So. Mann, was ist denn das hier alles? Was? Ich kann mich nicht hochziehen? Ähm. Okay. Was muss ich tun? Dü-dü-dü-dü-dü. Okay, okay, okay. Was muss man machen? Gibt es irgendwo einen Schalter? Gibt es irgendwo einen Haken? Enter, Punkt? Bis jetzt sehe ich nichts. Die Musik, die macht einen auch so ein bisschen verrückt, ne? Ja, da oben ist ein Schalter. Okay. Äh. Feuerfall brauche ich. Na ja, bei... Bei den Tempel musst du selber wissen, wie du sie machst. Ausfall liegt immer noch... Deiner eigenen Hand, okay. Ja, wir gucken jetzt erstmal. Da brauche ich Schlüssel. Ah, Schlüssel habe ich, ne? Schlüssel habe ich, ja. Ähm. Okay. Ja, ich freue mich auf den nächsten Tempel, ey. Ganz ehrlich. Ich freue mich auf den Wüstentempel. Den Wüstenkoloss. Da ist die Musik, glaube ich, am besten von dem, was wir jetzt noch übrig haben. An Musikstücken. So, wartet mal. Äh. Hier möchte ich, glaube ich, auch gerne das Ding hier nochmal aktivieren. Ich möchte disable the warpoint. Und einen neuen machen, bitte. Ich glaube, hier ist der besser. Ja, Geister Tempel wird besser. Beste Musik. Hier. Dem Spiel mit. So, da oben leuchtet alles wunderschön. Äh. Da können wir uns runterschießen. Wo geht's denn eigentlich hin? So, wir haben hier einen Schalter. Da oben wird das Feuer ausgehen. Das wird der Boss-Key sein, wahrscheinlich. Das wird jetzt ein Rennen gegen die Zeit wieder, schätze ich, ne? Ja. Boah. Hat Framer einen Rütti gehabt. Alter, was? Blöden Fledermäuse. Ja, ne. Das muss, glaube ich, on point sein, oder? Ne. Ich hab's geschafft. Geil. Oh. Da ist er, der Boss-Key. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Da haben wir das hier auch abgeschlossen. Ähm. Wie sieht's denn mit Scooties aus? Scooties haben wir noch nicht alle. Weil wir machen das nicht nur etwas Ja. Okay. Aber ich muss sagen, was geht's. Bis zum nächsten Mal.